Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Transferanalyse des FC Bayern München. Auf dem Transfermarkt sind ja die Bayern schon sehr aktiv gewesen, aber umso mehr möchte man auch noch machen. Im Sturm ist Harry Kane die klare Wunschlösung, Kyle Walker soll noch für die rechte Abwehrseite kommen und auch ein neuer Sechser steht ja auf der Wunschliste von Thomas Tuchel. Unabhängig davon haben wir aber auch weiterhin die Problemzone Tor. Manuel Neuer fehlt weiterhin verletzungsbedingt, wird den Saisonstart höchstwahrscheinlich verpassen. Schenk wurde nun verliehen, auch Alexander Nübel ist wieder weg, bleiben aktuell noch Jan Sommer und Sven Ulreich. Aber auch Jan Sommer würde gerne wieder gehen zu Inter Mailand, aktuell will man ihn aber nicht abgeben, weil man keinen Ersatz hat und genau dort kommt das nächste Problem. Aktuell werden ja viele Torhüter-Kandidaten bei dem Bayern gehandelt, aber es ist für mich nicht so richtig klar geworden, was denn Bayern überhaupt sucht. Einen erfahrenen Backup, der sozusagen der 1 zu 1 Ersatz ist für Sommer, den man dann erstmal ganz gut gebrauchen kann und später die Nummer 2 ist, wenn Neuer wieder fit ist. Ein Herausforderer, der vielleicht das Zeug mitbringt, Neuer zu verdrängen über kurz oder lang. Oder sucht man vielleicht sogar schon jetzt eine Top-Lösung, der jetzt eben auch schon das Zeug hat, die klare Nummer 1 bei den Bayern zu sein. All das wurde noch nicht so wirklich klar und deswegen blicken wir heute mal auf 5 Torhüter für die Bayern, die in alle Kategorien reinpassen. Und da legen wir erstmal los mit dem aktuellsten Gerücht und das geht ja rund um David Raja. Der Spielaktuell beim FC Brentford ist der aktuellste Kandidat bei Bayerns Torhüter-Suche. Zugegeben werden aber ja dort auch Woche für Woche zahlreiche Spieler gehandelt. David Raja kann aber auch durchaus ins Profil eines Torhüters passen, der dir jetzt durchaus helfen kann und vielleicht das Zeug mitbringt, Neuer mal irgendwann verdrängen zu können. Denn Raja hat in den abgelaufenen Jahren auch bei Brentford wirklich gute Leistungen gezeigt, aber dort möchte er nun wohl weg. Denn Brentford selber hat sich ja Mark Flecken fürs Tor geholt vom SC Freiburg als Konkurrenten zu David Raja. Der möchte aber Brentford unabhängig davon gerne verlassen und die Bayern sollen wohl auch schon Gespräche führen. Sein Marktwert beträgt 30 Millionen Euro und auch deswegen ist die geforderte Summe von 45 Millionen Euro wohl für mehrere interessierte Vereine, unter anderem eben auch die Bayern, wohl aktuell zu hoch. Eben auch, weil sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft. David Raja ist aber natürlich auch jemand, der auf jeden Fall ganz gut in diese mögliche Liste bei den Bayern passt. Er ist erfahren mit seinen 27 Jahren, bringt aber sicherlich noch ein gewisses Steigerungspotenzial mit. Bei Torhütern kann man das ja ohnehin nochmal, wie ich finde, ein bisschen schlechter abschätzen, weil die ja ohnehin oftmals erst mit Ende 20 so richtig, richtig stark werden. Trotzdem, rein vom Profil, rein von seiner Entwicklung, würde ich David Raja erstmal nur als sehr, sehr guten Backup einschätzen. Also ich sehe ihn jetzt nicht zwingend als jemand, der Neuer über kurz oder lang verdrängen kann. Sprich, dass er wirklich das Niveau hat, bei Bayern die Nummer 1 zu sein, wage ich zumindest mal zu bezweifeln. Und dann reden wir halt hier über eine Ablösesumme, die natürlich schon extrem hoch ist und meiner Meinung nach für den Spieler David Raja zu hoch ist, wenn es eben bei diesen 45 Millionen Euro bleibt. Und wenn es dann noch daran bleibt, dass man einen Backup sucht, finde ich den Namen Bernd Leno gar nicht mal so uninteressant. Denn sucht man wirklich einen 1 zu 1 Ersatz für Sommer, der eben bei den Bayern eine gute Nummer 2 ist, aber jetzt auch nicht Neuer verdrängen kann, aber mit seiner Erfahrung helfen kann, dann passt halt auch in dieses Raster Bernd Leno. Der 31-Jährige ist ja aktuell gesetzt beim FC Fulham und ist ja weiterhin im erweiterten Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Genau damit möchte er auch sehr, sehr gerne zur nächsten Heim-EM und dafür braucht natürlich auch ein Ben Leno Spielpraxis. Bei Fulham wird er die bekommen, bei den Bayern kann man das natürlich dann bezweifeln und trotzdem könnte ich mir einen Wechsel tatsächlich vorstellen. Denn bedingt durch die Verletzung von Manuel Neuer würde natürlich Leno zu Saisonbeginn auf höchstem Niveau und auf deutlich höherem Niveau als bei Fulham, weil wir eben auch dann über vielleicht die ersten paar Champions-Siegs-Spiele sprechen, natürlich sehr viel Spielpraxis bekommen. Und man weiß ja auch gar nicht, wie sich die ganze Geschichte bei Neuer entwickelt. Denn ich schließe es nicht aus, dass er am Ende noch ein paar Wochen länger ausfällt oder einfach nochmal mehr Zeit braucht, weil er noch nicht so richtig in den Tritt kommt. Deswegen wäre für mich Leno für die nächste Saison einfach auch eine gute Übergangslösung. Ich selber war eigentlich nie so zwingend sein größter Fan und trotzdem glaube ich, dass er Bayern auf jeden Fall helfen kann, weil er eben auch nicht zu teuer ist. Also er bewegt sich sicherlich in einer ähnlichen Preisklasse wie Jan Sommer und wenn man eben wirklich, und darum geht es hier, nur ein Backup sucht für Manuel Neuer, dann landet bei mir auch Ben Leno auf der Liste. Aktuell ist die ganze Geschichte um Georgi Mamadashvili ja nicht mehr so heiß und trotzdem wollte ich den Mann aus Georgien hier nochmal sehr, sehr gerne mit reinbringen. Denn Mamadashvili bringt für mich auf jeden Fall all das mit, was die Bayern auf der Torwartposition brauchen. Er hat das Potenzial, Manuel Neuer irgendwann ersetzen zu können, verdrängen zu können und wäre jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ein richtig guter Ersatzmann. Georgi Mamadashvili ist ja erst 22 Jahre alt, trotzdem schon jetzt auf dem Top-Level unterwegs, hat sich top entwickelt und bringt noch weiteres Potenzial mit. Nicht umsonst gilt er ja in Europa als mit das größte Torhüter-Talent. Mamadashvili ist ja 1,97 Meter groß, ist richtig stark auf der Linie, auch sehr präsent bei der Strafraumbeherrschung und damit für mich einer, der bei Bayern schon echt gut funktionieren kann. Zudem ist er Nationalspieler, sprich auch internationale Erfahrung, bringt er mit seinen 22 schon mit und ist für mich auch weiterhin eine super interessante Lösung. Wie gesagt, aktuell ist es ja ein bisschen ruhig geworden um Mamadashvili. Tuchel hat aber ja auch ein bisschen klar gemacht, man will gerne, wenn man einen neuen Torhüter holt, und auch ein Upgrade haben zu Jan Sommer und Georgi Mamadashvili ist eben genau das. Und deswegen würde ich hier auf jeden Fall viel probieren, um ihn tatsächlich nach München holen zu können. Und dann blicken wir mal auf einen Namen, der meiner Meinung nach bislang noch nicht ins Spiel gebracht wurde und das ist Elon Millier. Aktuell spielt der bei Leeds United und auch für mich ist das eine passende Lösung. Millier ist erst 23 Jahre alt, hat trotzdem schon einige Erfahrungen gesammelt in der Premier League und ist eben nun mit Leeds United abgestiegen. Auch deswegen möchte der Franzose sehr, sehr gerne weg, weil man eben auch gesehen hat, der Junge dann kann deutlich, deutlich mehr, als irgendwo in der zweiten Liga zu spielen und kann für mich auf jeden Fall bei den Bayern eine Top Nummer 2 sein. Ob er jetzt die Klasse hat, Neuer irgendwann mal zu verdrängen können, so können ist nochmal eine andere Frage, aber er kann Neuer auf jeden Fall mal herausfordern. Millier steht auch beim FC Chelsea auf dem Zettel, die wollen ihn wohl gerne haben, wir reden hier über eine Ablöse von ca. 30 Millionen Euro und trotzdem ist das Chelsea-Ding noch lange nicht durch, denn Millier selber sieht sich, wenn dann nur bei Chelsea, wenn er dort als Nummer 1 hin kommt, weil er eben spielen will. Klar, bei den Bayern wäre es jetzt auch nicht zwingend eine bessere Perspektive, Bayern und Chelsea sind aber trotzdem nochmal rein international gesehen klare Unterschiede und somit könnte es für den 23-Jährigen schon attraktiv sein, zu den Bayern zu wechseln, dann zu Beginn erstmal die Chance zu haben, sich zu zeigen und je nachdem, was mit Neuer passiert, auch immer wieder die klare Perspektive zu kriegen. Du kannst dich hier auf jeden Fall durchsetzen. Ich persönlich bin Fan von Ilan Millier als Torhüter-Typ, ist sehr, sehr groß gewachsen mit 1,97 Meter, trotzdem mit seinem linken Fuß, auch gut am Ball, gute Strafraumpräsenz, nicht umsonst französischer U21-Nationalkeeper bis hierhin gewesen, jetzt ist er ein bisschen zu alt dafür und damit ein richtig interessanter Kandidat für die Bayern. Und wenn es die Bayern dann so richtig wissen wollen, dann gibt es für mich auf jeden Fall neben Mamadashvili eigentlich nur Diogo Costa und deswegen wollte ich den unglaublich gerne auch hier nochmal mit reinbringen. Denn wir reden meiner Meinung nach über den besten Torhüter in Portugal und in vier, fünf Jahren reden wir sicherlich über den besten Torhüter Europas oder zumindest hat Diogo Costa auf jeden Fall das Potenzial dazu, denn sein Potenzial ist wirklich riesengroß. Costa ist erst 23 Jahre alt und trotzdem schon international erfahren, ist bei Porto seit Jahren schon Stammkeeper plus mittlerweile auch das bei Portugal. Ganz interessant, Diogo Costa ist in der Schweiz geboren, sprich auch sprachlich könnte das auf jeden Fall ganz gut bei den Bayern funktionieren, was ja auch nie so ganz unwichtig ist und wäre auf jeden Fall die Top-Lösung auf dem Torhüter-Markt. Interesse an ihm gibt es vor allen Dingen auch aus England, Chelsea und Man United wurden dort mal gehandelt, das ist aber auch schon ein bisschen länger her, also da hört man aktuell gar nichts mehr rum und trotzdem könnte es sein, dass Costa, der bislang nur für Porto gespielt hat, tatsächlich auch mal ein Kandidat ist für einen Wechsel innerhalb Europas und da würde ich als Bayern München auf jeden Fall mal schauen, was so geht. Klar, Diogo Costa wäre ein unglaublich teurer Kandidat. Marktwert 45 Millionen Euro, Ausstiegs-Klausel liegt bei 75 Millionen, viel günstiger wird er nicht sein. Aber Diogo Costa kann Manuel Neuer sofort ersetzen und er hat einfach alles. Er ist ein unglaublich spielstarker Keeper, was natürlich für die Bayern sicherlich auch nicht so verkehrt ist, hat unglaublich starke Reflexe auf der Linie und ist einer, der glaube ich die nächsten Jahre das Torhüterspiel auch deutlich prägen wird. Hat man hier irgendwie eine Chance, ihn zu bekommen, auch wenn es ein sehr, sehr teures Investment ist, dann würde ich das auf jeden Fall so oder so probieren. Diogo Costa ist ein überragender Keeper und hat noch 10, 12, 13 Jahre vor sich und kann Bayerns Lösung für jetzt und die Zukunft sein. Und somit sind das meine 5 Transfervorschläge für Bayerns Torhüterposition. Ich habe ganz bewusst aus verschiedenen Profilen gewählt, denn natürlich kann man auch bei Bayern aktuell verschieden verfahren. Wenn man hier nochmal verkauft, könnte man einen 1 zu 1 Ersatz holen, dann reden wir sicherlich über einen wie Bernd Leno. Wenn man allerdings dann ein Upgrade haben möchte, vielleicht auch einen Keeper haben will, der schon auch Neuer ärgern könnte, sind wir vielleicht bei Keepern wie Raya oder auch Millier. Und sollte man dann wirklich bereit sein zu investieren, auch so ein bisschen die Sicherheit zu haben, wir haben da einen Topmann, der dir jetzt schon hilft und die nächsten Jahre die Nummer 1 sein kann, dann bewegen wir uns eben in der Kategorie Mamadashvili oder Costa. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu meinen Kandidaten in die Kommentare schreiben und auch eure, wen würdet ihr zum FC Bayern München holen. Ansonsten könnt ihr mir auch mal gerne weitere solcher Videos in die Kommentare schreiben, sprich 5 Positionen für einen x-beliebigen Verein. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. – – – – Untertitelung des ZDF für funk, 2017